Ihr könnt mich nicht feuern, ich kündige. Wir werfen das Alte über den Haufen und gehen die Dinge neu an. Charlie, musst du so lange nach dem Tequila suchen? Oh Gott, er ist ja in einer üblen Verfassung. Wer ist der dämliche Therapeut hier? Das wäre dann wohl ich. Wut ist eine hässliche Geliebte. Vielleicht sollten Sie aufhören, sie zu vögeln. Ich glaube, der Geist meiner Mutter treibt in meinem Apartment sein Unwesen. Oh, hast du ein Glück. Meine Mutter ist noch am Leben. Das war ja echt ein Brüller, Mann. Ich sage immer, ab einem bestimmten Zeitpunkt soll man mit dem Rumlabern aufhören. Finde ich auch. Wollen wir zu mir gehen? Lassen Sie es zu, Baby. Es wird schön. Slip, Zähne, los. Mir geht ein Licht auf. Du bist kalt nackt. Mir geht noch ein Licht auf. Du schmeckst nach Heimat. Männer sind visuell und Frauen sind klug. Mein Ex kann ein bisschen schwierig sein. Völlig abgedreht. Hab verstanden. Bist du spät dran für ein Business-Meeting im Swimmingpool? Ich hätte mich gestern fast verirrt. Oh, ich weiß noch, als ich mich verirrt habe. Das hat ganz schön wehgetan. Viele Menschen halten nichts von Therapeuten. Viele Menschen glauben, das sind ein paar Spinner, die dafür bezahlt werden, wehleidigen Memmen zuzuhören, die nicht den Arsch in der Hose haben, ihre Scheiße auf die Reihe zu kriegen. Die Therapie geht weiter. Du verdammter Hurensohn! Wollt sie mich verarschen? Wo lernt man mehr über die Höhen und Tiefen des Lebens? Die Welt da draußen ist gefährlich, Will. Es gibt Gnome und Trolle und Zigeuner. Nur ein Idiot wäre hier allein unterwegs.